Hi, hast du schon gestartet? Ja, hallo und hey, willkommen zu einer neuen Aufnahmefolge, was auch immer das ist. Also, was hast du genommen? Ich, äh, Papier. Papier, ist das ein Zeichen, dass ich Papier nehmen soll? Oder dass er Papier genommen hat? Oder dass ich mit Papier... Oder das Papier gestartet habe. Das Gegenteil nehmen soll. Ach, scheiße. Ich bin so glücklich. Im Lügen. Alter, ich kenne die ganzen Karten gar nicht mehr. Weil du dumm bist. Heilige Scheiße. Ah. Papier ist. Warum liest jetzt jemand seine Decks durch? Ja, weil das Deck extrem schwer ist. Gut, dass ich zwei Negativierungseffekte habe. Der Effekt von dem, dem ist mir doch scheißegal. Ach so, ja. Gewollt. Gut, dass ich ein drittes habe. Vielleicht hätte ich mir auch sparen soll. Was für eine gute Idee gewesen. Oh. La, 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 la. Lass es. Was ist das denn jetzt? Hä? Was war denn da von der Effekt gerade? Äh, nee, ich wollte gerade den hier. So, und... Ach so, oh mein Gott, ich habe das anders zu machen. So, ich bin ja maximal dumm. Egal. Ich habe, ich habe ehrlicherweise ein paar Bedenken, dass da unten Spiegelkraft ist, um ehrlich zu sein. Fuck. Oh nein. Nee, nee, ich habe keine Spiegelkraft in den Deck mit Breckskarten. Irgendwas anderes ist das. Oh, ja. Oh, knapp, 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 knapp. Ja. Was? Kann ich hier noch zur Defense machen? Die ist nicht. Ich habe nur die Differenz. Also, ja, ich habe die Differenz. Ich muss mir mal einen Super Samurai Deck machen. Nichts da. Gip her hier. Wir machen... Ja, komm, wir machen die. Minion. Äh, in anderes Modus. Und macht die in Kekwe... Ach so, ja, wollte schon... Chain another card, yes. Die hier. Was? Ja, ach so, okay, ja, was falsch gemacht, aber es ist gut. Warte, ist das wahr? Und jetzt mache ich noch den hier. Hey, Bado, kommst auch noch mit raus. Immer... Was machst du jetzt? Wasser trinken, Leute. Damit ihr schön dick werdet. Richtig. Ihr werdet gemäßt als von Ice-Ticks. Was, 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 was? Was, was, äh... Aha. Jetzt ist er schon wieder. Nur, was, was? Jetzt gehe ich auch ans Heim. Ach, so, okay. Und dann, du. Oh, ja, wohl mir die Jungs geschickt. Genau. Welche war die hilfreiche Karte? Ich glaube, die hier. Ich habe das Gefühl, dieses Deck ist ziemlich scheiße. Die Frage ist, wie kann ich dich jetzt auseinandernehmen? Ah, ich verstehe. Also, jetzt sollte es doch... Stopp, lass es doch mal zu. Oh, ja. Oh, bist du nervig. Ja. Obwohl, nee, es klappt noch. Oder... Was machst du denn da die ganze... Ich weiß nicht, was der Effekt da kam, aber... Äh... Will ich aber nicht. Fuck! Was ist das für ein Drecksdeck? Ah, easy. Hä? Äh, einfach noch mal. Ah, funktioniert ja wirklich. Ey, ich glaube, dass es gar nicht geht. Zummerklich, Tobi. Ah, das ist Tobi. Tobi is money. Oh, bitte. Hey, Michael. Hey, Michael. Hab ich dir mal in Snap gesehen? Mit Beppo? Hm, hm. Wenn nicht, oder? Hörst du dir mal an? Ich schau dir immer mehr. Ja! Wer, warte, wo konnte ich... Ach, Digga! Bring mir aber nicht die Karabischung. Doch, du hast mein Snap gehört schon vor acht Stunden. Na, da, wo du ihn einfach angeschrien hast. Hab ihn nicht angeschrien, ich hab ihn hergeschrien. Hat auch funktioniert. Ähm, ach so, ich hab kein Ding in meine Hände. Ich weiß nicht. Scheiße. Hm, obwohl, da kann ich noch was haben. Yes, Sir. Da. Da, guck dir meine Hand an. Äh, ach, warte, ich könnte ja jetzt auch Synchro-Beschwörung machen. Äh. Hast du ja ne neuner Synchro-Beschwörung? Ne, der Player can target Dragon Monster, you can't do control. Also, they cannot be destroyed. One. Oh, okay. Ich wusste nicht, dass er gut ist. Ich dachte, er wäre einfach, einfach da. Äh. Ah. Ja. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt nicht so optimal. Ich wollte ihn eigentlich in Verteidigungsphase. Äh, Verteidigungs. Warte, warum darf ich so rum anheben? Ich kann irgendwas aktivieren, das ist wohl doch ein Chinesen-Deck. Und das meint er rassistisch. Hä? Äh. Ich hätte immer gefragt, ob ich es noch machen möchte. Ja, weil was passiert ist. Ja, aber warum soll ich kein Sonder-Monster angreifen? Wollen. Oh, nein! Hä? Ich glaube, er gibt auf. Ja, das Steak ist scheiße. Weiß nicht, wusstest du, dass der hier jetzt einfach irgendwas von meinem Friedhof beschwören kann? Okay, ja. Der, 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 der Syncro-Ding. Das mache ich jetzt. Oh, ja. Neue Taktik. Warte mal. Drei, oh. Oh, ja, ja, ich habe schon einen Kimmich. Sonst gebe ich auf. Und weißt du, mit wem? Ah, du hast von dem Stein getötet, der hier so schlecht. Ne, von einem Stein im Baum. Was soll ein Baum sein? Für mich sieht das aus wie ein Baum. Ich gucke es mir jetzt anders aus, für mich wie eine Höhle. Da liegt der Baum. Da. Okay. Ich habe einen Dick-Tot-Dick. Jetzt mach. Okay, okay, okay. Papier. Was hast du genommen? Ah, jetzt habe ich zwei. Ach, Degger, nein, Mann. Ich dachte, du versuchst wirklich zweimal denselben Trick. Ah, geil, der war nice. Ich wollte gerade noch richtig über die Bittergarten. Ah, sonst zweimal derselbe Trick funktioniert. Warte, ich kriege jetzt selbe Deck. Ja, 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 ja. Hi. Oh, nein. Oh, nein. Du, 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 du. Wer zuerst der Vergeist hat gewonnen? Ach, so aus den Drachen. Okay. Und die Harki. Okay, 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 okay. Oh, nicht der Schild. Oh, ja, du, 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 du. Ich bin hier aber nicht zählich Menschen in Gefa. Ach. Und jetzt. Fand ich gar nicht so gut. Fand ich gar nicht so gut. Fand ich. Fand ich. Fand ich. Ja, ich habe mich gerade nochmal umgegeben. Ich würde es nicht wegwerfen. Ich sehe auch in Ordnung. Ey. Nein. Dann gehen nicht der. Und dann machen wir den hier. Nicht der so, warte mal. Soll das ein Baum sein? Äh, activate. Nein, das ist doch eindeutig eine verfickte Höhle. Ist doch keine Höhle. Guck dir auch rechts an, eine Höhle. So, jetzt. Das ist doch absoluten. Mhm. Das ist so ein Bergpass. Mhm. Äh, nein, aber es sieht halt aus wie ein Baum für mich. Wie eine Höhle. Aber man kann so, so ein blaues Stein. Was, was habe ich mal? Oh mein Gott, ich bin so toast. Ich dachte, du bist Rockwurst. Oh mein Gott, der hat einen Maul. Was ich gerade gemacht habe, ich habe diesen Stein da verbannt, damit ich den beschwören kann. Dann habe ich gecheckt, dass ich Silver's Crying sollte, damit ich ihn beschwören kann. Ja, super. Also ich habe zwei, ja, E-Mails klug, ey. Und das Ding ist, hätte ich in der richtigen Reihenfolge gemacht, hätte ich jetzt zwei gehabt. Ach, das ist ja nicht wahr. Äh, können wir irgendwie zurückspulen? Lass es doch mal zu. Das war seine Fick. Äh, vergisst du ihn immer wieder so. Yeah. Ich habe mir so ein Blue-Eyes Starterdecke, nicht? Der Herr kann, weil ich weiß, kann der doch nicht zerstört werden. Oder nur bei mir endet. Ah, das ist mir egal. Auch wenn ich es nicht verstanden habe, ich, ich hoffe. Ich will, dass es sich die ganze Zeit aktiviert. Ich hoffe, es funktioniert. Wow, Wasserentzug. Ich weiß, was das da unten mehr magischer Zylinder ist, mich will zu verarschen. Richtig. Aber jetzt, wenn ich nicht unzerstörbar... Ja! Hä, warum? Scheiße, ich dachte... Ich wollte testen, ob ich unzerstörbar bin. Äh, ich wollte eigentlich den Effekt aktivieren. Äh, hab dann so... Alter, war das wahrscheinlich so verirrend, dass es ja schwer ist, dass du mich verlierst. Ja. Äh, was? Aber jetzt habe ich keine Karte gezogen. Ah, doch, habe ich. Aber... Äh, activate. Okay. Oh, oh. Aha. Okay. War vielleicht jetzt nicht so geplant, wie gewollt und geplant. Ich glaube, ich kaufe irgendwie so eine Straight Raptor Deck in echt. Ich finde das mega gut. Aus dem letzten Video. So hat das jetzt einfach funktioniert. Ja. Das Problem ist... Ich weiß, ich hatte sowas von ganz genau, dass da hinten Spiegelkraft ist. Nö. Ich glaube, ich hatte das nicht mal in meinem Deck. Diese Dumbo-Drongeln. Nee, Jumbo-Drongeln. What? Magischer Zylinder war's. Oh, nee, jetzt helfe ich dir, ja. Jetzt jetzt mal ich der Zylinder eingesetzt, hätte ich dich gefeiert. Oh. Oh, ich habe mir so ein Null-Damage. Ich weiß noch, wie oft du mich damit gekillt hast. Ich hatte dich übelst zerfickt, Digga, und dann hast du, wo war ich jetzt in der Zylinder eingesetzt, dann war ich tot. Als ob ich das zulasse. Das wäre relativ egal. Mir relativ? Ja, ja. Oh, ja, wenn ich, wenn ich... Ja, was wäre ich... Ja, was wäre ich... Ja, aber ich habe ja... Ja, ich bin mir unsicher, Digga. Digga. So, dann erst mal das hier. Alter! Dann das. Ja, oh, mal, da verstehe ich, Digga. Die Taktik merke ich mir mal lieber. So, dann... Bei Gigi und Dingen. Damit ich... Hä, das war ein bisschen doof. Nein, damit ich den loswerden, falls der Spiegelkraft drunter wäre. War aber kein Spiegelkraft. Ja, das ist Safety first. Oh, das hier kommt aber jetzt. Menschenfresser. Ich glaube, er hat sogar die Stats von Menschenfresser. Perfekt. Na, da war Spiegelkraft. Oh, wow! Das ist wirklich gut. Ich meine, schlecht. Ähm... Äh... Ich würde mich nicht angreifen. Tot! Der Spiegelkraft. Ah, es war doch kein Spiegelkraft. Der Spiegelkraft, du meinst? In der Verteidigung. Du hattest mich irgendwie so... Kennst du das erste... Wenn dir vor irgendjemand so cheatet beim Turnier, mach ich es einfach so spiel, das ist ein Deck des Monsters. Also... Hä, also, mein Vater hat ja so mit mir gespielt. In das geile... Skydex-Deck. Ähm... In der Serie, in der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! Normal. Äh... Äh... Ja, ja, also, äh... Wo der Vater in Treuung versetzt wird und er dann vor diesem Fernseher fightet. Äh... Ich wollte... Ich hab vergessen, was ich da erzählen wollte. Ganz, ganz, ganz hohe Sibow bei mir. Krasser Typ. Ja, ja, ja. Äh... Menschenfresser. Ehre auf jeden Fall. Ah, ich dachte, Spiegelkraft schon wieder. Ja, warum hab ich das abgewählt? Hä, das ist übelst dumm. Ah, nervt nicht. Äh, aber ich hab verloren. Warum? Achso, ja, stimmt. Nicht, wenn ich auf meiner Hand Raigeki habe. Warum hast du Raigeki nicht im Deck? Ja, wenn ich sie jetzt mal vergesse, mal wenn du es bei mir einsetzt. Und dann einsetzen wenn ich während einergegangen bin. Ach, so... Warum sollte ja, ja, Tettel, Lager. Ja... Und jetzt... Warum kann ich sie aus Small Jr. Ja... Und jetzt, Junge, aktivieren Stülfelnkeke alle ich bin noch mal mit dir, du bist nicht so gut, dass ich... Spiegelkraft ich würde es nicht riskieren ah geil ja Junge und jetzt Warte, stopp, stopp, bevor du angreißt zuerst mit den 3200er, okay ja und jetzt sind die Fests zuerst mit den 3200er ich greife gar nicht an doch zuerst mit den 3200er an bitte echt? ja okay ich kann irgendwas aktivieren, das ist bestimmt gut nein, 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 das ist bestimmt gut, perfekt 4.000 ach so, ich habe ja gar nicht hier, oh, ich dachte kurz Klaus, ich weiß nicht, dass das Spiegelkraft ist ich kann durchskippen ich kann durchskippen du musst das dann, oh oh ja, jetzt bist du tot das ist nicht auch Anfänger, ja, ist das äh, menschenkäfer äh, menschenkäfer äh 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 ich glaube, wenn keine Sitzung hinkriegt, wir müssen die Sitzung langspielen, damit es so kann ich nicht sagen, dass wir machen das immer äh ich glaube, wenn keine Sitzung hinkriegt, wir müssen die Sitzung langspielen, damit es so ne, ich kann es doch nicht machen, scheiße käm ich na dann glaub ich es geht nicht, Digga, also es geht wirklich einfach gar nicht was? was soll ich mit dem Dreck ziehen? ja, ja, dann kann ich nichts machen jaaa es ist das einzige Dreck, was ich spiele und ich muss jetzt trotzdem manche Sachen einfach durchlesen, ne? ich kenn meinen Dreck halt aus, weil ich benutze die ganze Zeit ein Experimental 6 äh, von dem ich keine Ahnung mehr habe und deswegen gewinnst du auch ja, in der letzten Folge ist so die eine Runde, die zweite hab ich ihnen gewinnen lassen äh, und in der einen hab ich halt, äh, hab ich mal richtig gespielt jaaa darf ich angreifen? übrigens, das ist eine freundschaftliche Revalentät, ja mach jaaa du glaubst doch nicht, dass das funktioniert mach da bitte die ganze Zeit Hunderter hin, Nullermillen hin, bitte ich hab zweimal Silver Cry-Kart, sie bitte wegmach gekki oh mein Gott, Isaacs, du bist tot ich bin so dumm ich bin doch so dumm du bist doch nicht tot, als denkst ich lass dich mal eine Runde leben gerne, nur ganz kurz den da, okay lass mich nur eine einzige Runde leben, okay? okay natürlich eine Runde, dann tötest du mich und da warst du auch mit dem Part, wenn ich dann verliere näh achso, da ist doch richtig keiner auf, Frido achso Daniel! hä? ich weiß, ich wollte einfach gucken, was passiert ne, da ist noch so ein Effekt, ja ich weiß, ähm du gehst mal wieder eine Tag stopp! aktivieren! was? was? oh nein! was tut das? na, das hab ich auch in den letzten Runde gemacht, weiß nicht mehr ja! was kann der? ja! kann Zauberkarten zerstören von mir aber ich kann aber ich kann Unfallenkarten ich glaub dir nicht, dass da links auch noch ein Silverskrii ist ja! perfekt alter wie tut das grad Pause! ähm ich will dich haben Pause! warum? und der ist denn 5.000 da? mir fehlt der 5.000 da irgendwie als 6 welcher ist der? der, der rosa ne ah 4500 hat er nur ich glaub der wär krasser ich hab keine Ahnung von wem du redest 3 Level 8 Monster geh auf dein äh extra äh einfach das ist ja achso der der rote musst du sagen und das geht jetzt nicht? hä, was willst du denn machen? Level 11 oder was? achso, ah, ups, ich dachte das geht mit dem linken auch hab ich ihn jetzt in der Tech-Position du kannst mich ganz einfach töten na, kann ich die ganze Zeit schon nein, kannst du nicht na, okay, ich gib mir doch noch eine Runde nein nur eine Runde ist pfff, okay okay da wird langsam langweilig gegen so einen Loser ah, ja wie hast du mich gerade genannt? Verlierer so würde ich keinen nennen, der gleich ein Gewinner ist ah, da bekommt er schon Angst wovor? keine Ahnung ук nd ich weiß aber, dass du da hinten Spiegelkraft hast Pech gehabt, ich glaub sie nämlich nicht. Jetzt mag ich erzählen. Ja. Ach, Dinger! Ja, wenigstens mal aufrufen. Ich glaub, der bleibt bestehen. Ach, scheiße. Äh. Ich bin so klug. So. Aha. Ja, scheiße, das ist sogar wirklich gut. Warum ihn? Aha, was hier tausend? Ah, ja. Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Hab ich nicht vorhin damit angegeben, dass er unbesiegbar, also unzerstörbar ist, und jetzt greife ich ihn an? Ich muss halt ja unzerstörbar sein. Weil ich es in seinem Effekt steht und ich ihn gerade angegriffen hab und es nicht geht. Hm. Ja, okay. Weißt du es ja. Okay, ich hörte mich, falls du es kannst. Okay, gut, mach ich. Äh. Ja. Ja. Ich würde mich nicht unterschätzen als Sex. Ja. Ah, warte, doch, doch, doch. Doch nicht. Ich zieh meine Kampfansage zurück. Du hast da irgendwie einen Effekt integriert. Ja, mit dem komischen Typen, der wie ein Adler aussieht. Ah. Okay. Aber nicht bei ihm. Bitte. Bitte. Hast du noch einen Effekt? Habe ich jetzt Spielkraft oder nicht? Habe ich jetzt Spielkraft oder nicht? Heck nee. Ja, weil, 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 jetzt ist es vorbei. Ich gebe auf. Ja. Ha, 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 ha. Ja, ich habe es auch gemacht. Ja, ich habe es auch gemacht. Ja, ich habe es auch gemacht. Egal. Ja, der komische Typ, der Gitarre spielt. Ach so, der. Ja. Guck mal genauer hin, das ist eine Axt. Oder nicht? Was? Mit dem Melodie. Ja, vielleicht macht er doch Musik. Ja, vielleicht Spiegelkraft dort liegen. Ja. Ja, ja. So, komm her, ich geh den noch. Stopp! Na ja. Ja, hab ich ihn mal gewinnen lassen, den Crack. Ich hatte Monster Reanimationen, äh. Jetzt geh ich aus Frustration. Popcorn essen halt. Äh, ist ne lang, äh, ist ne kürzere Folge. Tschüss Leute. Okay, tschau.